moin hallo willkommen zurück hier auf meinem kanal zu einer weiteren folge unruly heroes hat ja ein bisschen gedauert aber ich war auch ein bisschen krank ich konnte nicht so viel vor produzieren ich hoffe ihr verzeiht es mir aber wir machen weiter direkt darauf aufgehört haben wir sind jetzt in der wolfsgestalt und versuchen hier immer weiter zu kommen aber klar dass wir ein gegner bekommen ich bin gespannt skelettos ein ruchloses gräuel das zahlreiche hinrichtungen hinter sich hat ich weiß nicht was da stand ich hab jetzt einfach zugesichtet müsst ihr auf pause machen ich konnte nicht so schnell lesen so ok ok das tut weh ich muss hier aber das wort kämpfen ok machen wir hier ok hey Der haut über mir rein. Ah, okay, bleibt stecken. Gut für uns, zu verstecken bleibt. Oh. Ah. Ah, nein. Nein, hab ich doch. Aui noch. Oh, hat er mich erwischt. Aber wir haben ihn angekommen. Das Schweinchen. Oh. Oh. Ach. Blödes Viech. Nein. Hüpfel ja hoch. Ach, das Heulen machen wir. Ach, guck mal. Ah, er ist ja hier raus. Hey, du Spacko. Nein. Oh. Ah, okay. Ah, okay. Nein, finde ich ein Wolf drin. Ah, das gibt's auch gar nicht. So schnell. Bevor wir den Leben bekommen, muss man ihn so ein bisschen platt machen mit den Pfeilen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ah, nein. Okay. 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 Oh, da habe ich noch eine kleine Batterie verpasst. So, blödes Viech. Ich habe den Wolf mit reingesaugt, die Sau. Was ist das? Ich habe einen neuen Move. Ich habe gerne Kohle. Dann mache ich ein. Gut. Wir verwenden die Luft, um durch Angriff und gefährliche Gegenstände zu sprinten. Ach so. Ist er doch schon. Na gut. Okay, da können wir auch durch sprinten. Ah, so geht es. So geht es wohl nicht. Ah, okay. Komm, wir machen. Jetzt wusste ich nicht, wie es geht. Ah, okay. Okay, wie kriegen wir da oben hin? Warte. Woanders. Warte. 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 Schiff. towers. Schiff. Hier trouble us. Die Drecksee. Ah, da gibt's wieder was. Die Dreck-Sau. haupt jetzt maul auf das geht nicht okay durch jetzt mal hier ist abgeschlossen das level aber auch nicht gedauert dame weiß wo jetzt kommen wir richtig das sieht aus dem schädel schluss aus dem boss fight ich kann endlich mal diese blöde frau platt machen denn die nervt uns ja schon länger und musik man kann jetzt der musik waren okay geht nicht so lange brauchen nicht so lange musik machen ok geht es weiter oder was wir bereit leute ich bin bereit ok aber ich glaube ich muss noch hier rein muss ich beeilen wir kommen ja mal wieder wie ich gerade sehe hinter mir und noch hier ist okay da kann ich mir durch die frauen weiß nicht doch da ist sie wie all die anderen so leichtgläubig so schwach die zeit zum spielen ist vorbei jungs ich habe ein hühnchen mit euch zu rupfen ok ich bin gespannt wie sie wirklich aussieht ok sie ist nicht gerade klein mehr sie könnte mich einfach verschlucken die kann man nicht kaputt machen okay dann bleiben wir hier stehen aber man kann die gesicht auf jeden fall müssen treffen ich könnte ein paar von mir in die fresse freue ich mich zu früh verdammt oh nein Oh nein! Shit! Rekla! Ich werde ganz gut stehen, aber es ist ja ein Trifft. Oh! Nabe Kiste. Aber ihr Porzellangesicht zerschlägt langsam. Oh nein! Okay. Alter! Stop! Oh! Na? Das kann auch nicht der ganze Kampf gewesen sein, glaube ich. So! Oh, jetzt ist sie aber in der Hackfresse. Aber jetzt geht es richtig zur Sache. Oder auch nicht. Doch. Oh! Nein! Wie viel ist das denn? Ich sitze hier, glaube ich, in Engel. Obwohl es geht noch. Oh! Oh! Ah, nein! Ach, warte! Oh! 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 Ah, die treffen wir immer. Oder kann ich die eher umhauen? Ah, wie komme ich denn umhauen? Achso, warte. Ah, Mist. Habe ich nicht daran gedacht. Scheiße. Jetzt weiß ich aber, wie ich da hochkomme zumindest. Warte, warte, warte. Ah, die sind nicht so dumm, aber auch nicht geil. Oh, nein. Oh, ich wollte gerade hoch. Mann, Mann, Mann. Das ist gar nicht so easy, da hochzukommen zu ihr die ganze Zeit. Da müssen wir aber weglaufen, wo Blödsinn, die trifft uns ja trotzdem. Das ist ein bisschen blöd. Oh. Aber wieso treffen die mich immer? Das ist ein bisschen blöd, ja. Mal hoch hier. Alter, das ist echt mal fies, das Viech. Jetzt aber. Oh, nein. Ich war da fast oben. Oh, nein. Oh, nein. Ich war da fast oben. Ach, Mann. Scheiße. Wir müssen da hochkommen. Oh, nein. Ich war da fast. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh, nein. Ich war da fast oben. Oh, nein. Ich war da fast. Okay, jetzt haben wir sie aber auch nicht erwischt, oder? Das war ziemlich cool. Das wird gleich nochmal versuchen. Oh, jetzt wird's ein bisschen... Ich krieg ihn auch wohl. Geht so, ne? Oh nein! Mann! Oh, das ist so blöde. Oh, das ist so blöde. Oh nein. Da komme ich nicht hoch. Mit dem komme ich ja nicht hoch, scheiße. Oh. So, geht nochmal schnell zurück. Das ist doch scheiße. Ah, die kriegen wir, die Tante. Die nervt mich jetzt schon. Oh. Oh. Schnee rüber. Oh nein. Das kommt nicht mehr hin. Doch. Oh Mist. Wir haben sie aber fast. Soweit. Es fehlt nicht mehr viel. Komm her, du hässliche Tante, ey. Die kriegen wir schon platt. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, scheiße. Nächste. Oh, das ist so beschissen. So was blödes. Oh. Das geht mir auf den Sack. Oh, Mann. Oh. 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 Hüpf da rüber. Und hoch. Oh. Du blödes Vieh, ey. Meinst du es was? Bestimmt noch nicht. Natürlich nicht. Was ist denn jetzt? Okay. Okay, es wird ein bisschen schwierig jetzt. Wie soll ich das erschaffen? Nein. Scheiße. Scheiße. Oh, gar nicht mehr so leicht die Gude. Versuchen wir gleich noch mal. Du hast ein paar Runden, die man mit ihr bestehen muss. Versuchen wir gleich noch mal. Ach man. So, ich versuche mal das ganze Jahr. Aber nicht ganz so risikoweich, sondern ein bisschen was ich überspringen hier. Ja, wir wissen, dass du eine geile Tante bist. So. Oh. 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 oh das war klar Das ist doch echt fieses Ding. Das Schwein ist schon verloren. Das ist doch echt ätzend. So. Na ja, schreit doch mal. Oh. 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 Ah, da tue ich dumm. Nein! Okay, wir stehen und warten. Oh, komm hier hoch wieder. Gott sei Dank. Oh nein. So, der ist ja kaputt wieder, aber vielleicht können wir ja gleich noch ein bisschen retten. Oh, nicht töten. Mist, da oben ist er. Na gut, wir haben den Monkey King wieder bekommen. So, wir haben den Monkey King wieder bekommen. Hat er Glück gehabt gerade. Oh, hat er auch gerade Glück gehabt. Oh, ist hier ganz schön wütend. So. Na, okay. Gehen wir so einigermaßen überlebend hin, hier doch noch. Wo ich fast gar nicht glaube, aber... Okay. So. Da wären sie erwischt. Nein, nein, wie konnte mir das nur passieren? Nein, nein, nein... Du bist im Hauptniveau und extra, so okay. Sauber, fertig und abgeschlossen. Ach, Gott sei Dank. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.